Meine Ausbildung muss halt wirklich ganz klassisch bleiben. Da wird halt nicht irgendein durchgezeigt, was vegetarisch ist. Die Vielfalt des vegetarisches Essen ist unendlich und da sollte ja der Blick hin. Dass wir neugierig darauf sind, dass wir Produkte wieder selber verarbeiten. Und ich meine, es ist ein Handwerk, es ist ein harter Job. Wir sind die neue Berliner Schnauze.